Vielen Dank für diese interessante und lebhafte Debatte. Das war sehr interessant, wirklich. Ich freue mich erst einmal, dass anscheinend auch bei den Regierungskoalitionen, bei der Landesregierung ein grundsätzliches Interesse an den ländlichen und dörflichen Regionen besteht, was ja anfänglich nicht zu sein schien. Leider scheint es aber irgendwie nicht so richtig zu funktionieren mit den Programmen, was sie alles aufgeführt haben. Also Sie haben, Herr Reuk, Sie haben gesagt, die Auswahl der grundfunktionalen Schwerpunkte würde jetzt gerade erfolgen durch die regionalen Planungssysteme. Ja, das weiß ich auch. Das Problem ist nur, es kommt nicht da an, wo es hin muss. Das habe ich ja ausgeführt. Weil Sie tun so, als ob die Entscheidungskompetenz allein auf die Regionen vor Ort verlagert worden wäre. In Wirklichkeit ist das natürlich nicht so, weil die Vorgaben durch die gemeinsame Landesplanung hinsichtlich der Kriterien klar fixiert sind. Und genau die Regionen, die es brauchen, nichts abbekommen. Und deswegen kann ich auch die Ausreden, sowohl von Ihnen, wir hatten schon ein Förderprogramm, das FAG, und das würde ja überall Geld hinbringen, gleichermaßen. Und genauso auch von der Staatssekretärin aus dem Umweltministerium, die gesagt hat, wir hätten auch schon ein Förderprogramm, nämlich LIDA und ELA und so weiter, nicht wirklich ernst nehmen. Weil erstens müssen Sie sich mal einigen, welches Förderprogramm haben wir denn nun, was angeblich wirklich in der ländlichen Region fördert. Das FAG offensichtlich nicht, denn das ist ein Gießkannenprinzip, das fördert ja alle Gemeinden. Das ist ja einfach die Finanzausgleich zwischen dem Land und den Gemeinden. Das ist einfach, tut mir leid, Unsinn. So, und wenn Sie dann erzählen mit den grundfunktionalen Schwerpunkten, würden Sie das Problem mit den dörflichen Strukturen und der Region, in den Regionen dort lösen, habe ich eben schon ausgeführt, das geht völlig fehl. Und hier ernsthaft darstellen zu wollen, dass Sie das über die GFS lösen können, ist einfach Augenwischerei, Sand in die Augen streuen. Aber ich freue mich, dass bestimmt die Menschen in ländlichen Regionen, die hier zuhören, das mitbekommen werden, dass sie scheinbar gar kein Interesse daran haben, wirklich zu helfen. Sonst würden Sie mit uns gemeinsam überlegen, wie man das angehen kann. Schön finde ich, dass Frau Fortunato angesprochen hatte, was ich mir auch notiert hatte, nämlich, dass fünf ehemalige Mitglieder der Enquetekommission jetzt öffentlich dazu aufrufen, genau sowas voranzubringen, was wir vorschlagen, was die Linken in ähnlicher Form vorschlagen. Wenn das alles so toll und in Butter wäre und so richtig laufen würde, Herr Reuk, dann gäbe es diese Initiative bestimmt nicht. Warum sollen sich fünf ehemalige Mitglieder der Enquetekommission öffentlich äußern und entsprechendes fordern? Also da passt irgendwas nicht zusammen. Ganz spannend fand ich auch, dass Sie sich als ehemaliger Vorsitzender der Enquetekommission auf den Endbericht stützen und hier sagen, das ist also das Nonplusultra und das muss jetzt umgesetzt werden. Vieles davon ist sicher richtig. Aber ich habe gelernt, und das wurde wohl auch im Ausschuss für ländliche Entwicklung und Umwelt und Klima, dem Sie übrigens vorstehen, so diskutiert und auch beschlossen, dass das keine Fortwirkung hat. Die ganzen Festlegungen der Enquetekommission haben keine Fortwirkung in der neuen Legislaturperiode und die ganzen Beschlüsse müssten neu getroffen werden. Diese Beschlüsse sind von verschiedenen Teilnehmern in Ihrem Ausschuss eingebracht worden und mit der Koalitionsmehrheit abgelehnt worden. Das heißt also, die Umsetzung der Erkenntnisse der Enquetekommission, die in vielen Punkten ja gut war, haben Sie torpediert. Und deswegen ist es auch wenig glaubhaft, wenn Sie hier ausführen, in Ihrem Koalitionsvertrag würde ja stehen, dass Sie eine grundsätzliche und ganzheitliche Lösung für die Probleme im ländlichen Raum entwickeln wollten. Super. Wenn Sie das ernsthaft wollen, was ich Ihnen leider bisher nach den bisherigen Ausführungen nicht wirklich abnehmen kann, dann müssen wir, dann machen wir den Vorschlag, wir überweisen unseren Antrag und wenn die Linken mitmachen, auch ihren Entschließungsantrag in die beiden Ausschüsse, in ALUG und in AIL. Am besten, wir diskutieren das in gemeinsamer Sitzung und dann kommen wir vielleicht das erste Mal seit Jahrzehnten voran und können endlich mal konkrete Vorschläge für Lösungsmöglichkeiten, die Strukturen in den ländlichen Regionen zu erhalten, gemeinsam entwickeln. Das wäre doch mal ein Vorschlag. Also hiermit beantrage ich, Herr Vizepräsident, das in die beiden entsprechenden Ausschüsse, die ich eben nannte, zu überweisen. So. Und wenn diese ganzen Förderpolitiken, die Sie aufgeführt haben, FAG, LIDA, ELA und so weiter, so toll wären, warum diskutieren wir dann hier drüber? Warum gab es denn dann die Enquetekommission ländliche Entwicklung? Weil, Entschuldigung, da ist es doch noch schlimmer inzwischen geworden. Inzwischen bricht die gesundheitliche Versorgung in vielen Regionen völlig zusammen. Die ÖPNV-Versorgung ist kaum noch gegeben. Einzelhandelsversorgung auch nicht mehr. Dann lassen Sie uns doch bitte jetzt gemeinsam neue Ansätze suchen. Ich glaube, wir wollen doch eigentlich alle das Gleiche. Lassen Sie uns das verweisen in die Fachausschüsse. Dann erfüllen wir alle gemeinsam als Opposition und Koalition den Auftrag, der in Ihrem Koalitionsvertrag steht, und tun endlich mal einen Fortschritt und bringen endlich mal was voran in der ländlichen Region. Deshalb bitte ich Sie, der Überweisung in die beiden genannten Ausschüsse, ALUG und AEL, zuzustimmen. Dankeschön.